Herzlich willkommen zur RÜ Entscheidung des Monats September 2020. In der Entscheidung des BGHs geht es um den Kauf eines Pferdes. Das Pferd ist nach Ansicht der Käuferin mangelhaft, weil es an der Wirbelsäule einen Befund hat, den man Kissing Spines nennt. Und außerdem macht das Pferd Probleme beim Reiten. Pferdeentscheidungen sind schon seit sehr vielen Jahren bei den Prüfungsämtern sehr beliebt. Sie werden immer wieder einmal zum Gegenstand einer Klausur an der Uni oder auch im Examen gemacht. Und nun zum Sachverhalt. Die K. erwarb von B. einem Pferdehändler mit eigenem Gestüt den 5 Jahre alten Wallach Santiano für 31.700 Euro zur privaten Nutzung als Sportpferd. Wenige Wochen später erklärte die K. den Rücktritt vom Kaufvertrag. Zur Begründung gibt K. an, dass das Pferd unter verengten Dornfortsätzen der Wirbelsäule leide, sogenannte Kissing Spines. Das Pferd habe von Anfang an Widersetzlichkeiten des Blockens und Blockierens gezeigt. K. geht davon aus, dass diese gezeigten Rittigkeitsmängel auf den Kissing Spines beruhen. Nach einem unabhängigen Sachverständigengutachten steht fest, dass das Pferd tatsächlich schon bei Übergabe an K. einen Kissing Spines Befund hatte. Ein solcher Befund muss aber nicht mit Krankheitserscheinungen verbunden sein und ist daher von einem Kissing Spines Syndrom zu unterscheiden. Kissing Spines können grundsätzlich zu Rittigkeitsproblemen führen. Ob die Rittigkeitsprobleme, die der Wallach unstreitig schon wenige Wochen nach Übergabe an K. zeigte, auf diesem Befund beruhen, ist nach dem Sachverständigengutachten jedoch unklar. Nach dem Gutachten steht allerdings fest, dass bei dem konkreten Befund des Wallachs das Risiko des Auftretens klinischer Erscheinungen in unbestimmter Zeit bei einer Häufigkeit von 21 bis 50 Prozent liegt. Bisher hat der Wallach indes noch keine dieser Erscheinungen gezeigt. K. ist der Ansicht, dass es sich bei den Rittigkeitsproblemen um Mangelerscheinungen handele und ferner nicht sicher feststehen müsse, ob diese Rittigkeitsmängel auf den Kissing Spines zurückzuführen sind, weil der Käufer nur den Nachweis einer Mangelerscheinung zu erbringen habe. Zwar begründet das Phänomen der Kissing Spines für sich genommen keinen mangelhaften Zustand, in der Kombination von Rittigkeitsmängeln mit einem erwiesenen Kissing Spines Befund liege aber eine Mangelerscheinung, welche die Vermutungswirkung des § 477 BGB auslöse. Das Vorliegen von Kissing Spines bei Gefahrübergang stehe nämlich fest und es sei auch bewiesen, dass innerhalb des Sechsmonatszeitraums Erscheinungen aufgetreten seien, die als Symptome von Kissing Spines in Betracht kämen. Die Fallfrage lautet nun, kann K von B Rückzahlung des Kaufpreises verlangen. K könnte gegen B einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises in Höhe von 31.700 Euro aus den § 346 Absatz 1 437 Nummer 2 erste Alternative haben. K hat den Rücktritt gegenüber B gemäß § 349 erklärt. Ein Rücktrittsgrund könnte sich hier aus § 477 Nummer 2 erste Alternative ergeben. K und B haben einen wirksamen Kaufvertrag gemäß § 433 BGB abgeschlossen. Außerdem könnte ein Sachmangel des Pferdes bei Gefahrübergang gemäß § 434 BGB vorliegen. Gemäß § 90a Satz 3 BGB werden Tiere grundsätzlich wie Sachen behandelt. Die Kaufsache ist gemäß § 434 Absatz 1 Satz 1 BGB sachmangelhaft, wenn sie nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat. Ein solcher Sachmangel liegt hier jedoch nicht vor, denn eine Beschaffenheitsvereinbarung etwa hinsichtlich der gesundheitlichen Verfassung oder der Rittigkeit des Pferdes haben die Parteien nicht getroffen. Es könnte aber ein Sachmangel gemäß § 434 Absatz 1 Satz 2 BGB gegeben sein. Das von K bei B erworbene Pferd ist danach auch dann sachmangelhaft, wenn es sich für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung als Reitpferd, die unter den hier gegebenen Umständen mit der im Sinne des § 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BGB gewöhnlichen Verwendung als Reitpferd übereinstimmt, nicht eignet. Der Verkäufer eines Tieres hat, sofern eine anderslautende Beschaffenheitsvereinbarung nicht getroffen wird, lediglich dafür einzustehen, dass das Tier bei Gefahrübergang nicht krank ist und sich auch nicht in einem ebenfalls vertragswidrigen Zustand befindet, aufgrund dessen bereits die Sicherheit oder zumindest die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es alsbald erkranken wird und infolgedessen für die gewöhnliche oder die vertraglich vorausgesetzte Verwendung nicht mehr einsatzbar wäre. Außerdem kann der Käufer eines lebenden Tieres redlicherweise nicht erwarten, dass er auch ohne besondere Vereinbarung ein Tier mit idealen Anlagen erhält, sondern muss im Regelfall damit rechnen, dass das von ihm erworbene Tier in der ein oder anderen Hinsicht physiologische Abweichungen vom Idealzustand aufweist, wie sie für Lebewesen nicht ungewöhnlich sind. Zunächst könnten die Rittigkeitsprobleme des Pferdes einen Sachmangel gemäß § 434 Absatz 1 Satz 2 BGB begründen. Bereitet die Rittigkeit eines Pferdes Probleme kann dies natürliche, aber auch gesundheitliche Ursachen haben. Nach Maßgabe des kaufrechtlichen Gewährleistungsrechts sind Rittigkeitsprobleme daher für sich gesehen keine Abweichung von der vertraglichen Sollbeschaffenheit. Zwar mögen sie die Nutzung des Pferdes als Reittier beeinträchtigen und stellen möglicherweise ein gewisses Risiko im Umgang mit dem Pferd dar. Ein solches Risiko ist für Lebewesen jedoch nicht von vornherein untypisch und stellt daher noch keinen Mangel nach § 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder Nummer 2 dar. Der Wallach könnte aber gemäß § 434 Absatz 1 Satz 2 im BGB einen Sachmangel haben, weil er ein Kissing Spines Befund aufweist. Ein bloßer Kissing Spines Befund ist allerdings kein krankhafter Zustand. Deshalb liegt bei Kissing Spines ein Mangel nur dann vor, wenn dieser Befund bereits zu krankhaften Erscheinungen führt oder zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass das Pferd aufgrund des Engstandes der Dornfortsätze alsbald erkranken wird. Jetzt kommt der Schwerpunkt des Falles. Hier ist nun sauber und detailliert zu prüfen, welche im Sachverhalt erwähnten Aspekte rund um den Kissing Spines Befund einen Sachmangel begründen könnten. Dabei ist zunächst zu prüfen, ob das Pferd krank und damit sachmangelhaft ist. Ist das nicht der Fall, könnte aber zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine baldige Erkrankung bestehen. Und schließlich ist zu untersuchen, ob jedenfalls unter Beachtung der Vermutungswirkung gemäß § 477 BGB ein Sachmangel anzunehmen ist. Der Wallach könnte aufgrund der Rittigkeitsprobleme bereits klinische Erscheinungen eines Kissing Spines Befundes zeigen, also damit krank und somit sachmangelhaft sein. Klinische Erscheinungen eines Kissing Spines Befundes können etwa Lahmheit, krampfhafte Störungen des Bewegungsapparats oder offensichtliche Schmerzen sein. Zwar können Rittigkeitsdefizite eines Pferdes unter Umständen mittelbar auf einem Engstand der Dornfortsätze beruhen, weil Veränderungen der Dornfortsätze eine mögliche Ursache von Rückenschmerzen sein können. Ein Schmerzgeschehen ist hier jedoch nicht in Erscheinung getreten. Daher stehen im gegebenen Fall bloße Widersetzlichkeiten beim Reiten in Rede, bei denen es sich nicht um klinische Erscheinungen eines Kissing Spines Befundes handelt. Vielmehr hätte es der Feststellung krankhafter Beeinträchtigungen wie etwa Schmerzen, Lahmheit oder einer pathologisch eingeschränkten Beweglichkeit bedurft. Mithin ist das Pferd also nicht krank und insofern auch nicht sachmangelbehaftet. Es könnte aber deshalb einen Sachmangel haben, weil aufgrund des Kissing Spines Befundes ein Risiko für das Auftreten klinischer Erscheinungen in der Zukunft besteht. Dazu müsste wegen des Engstandes der Dornfortsätze die Sicherheit oder zumindest die hohe Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass das Pferd alsbald erkranken wird und es deshalb für die vertraglich vorausgesetzte bzw. für die gewöhnliche Verwendung nicht mehr einsatzbar sein wird. Nach den Angaben des Sachverständigen liegt das Risiko des Auftretens klinischer Erscheinungen bei einer Häufigkeit von lediglich 21 bis 50 Prozent. Das reicht für die erforderliche Sicherheit oder zumindest für die hohe Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung nicht aus. Zu prüfen ist schließlich, ob, wie die K. meint, wegen der Kombination von Rittigkeitsproblemen mit dem erwiesenen Kissing Spines Befund gemäß § 477 BGB ein Sachmangel bei Gefahrübergang zu vermuten ist. Die Vermutungsregelung gemäß § 477 BGB gilt nur für Verbrauchsgüterkäufe im Sinne des § 474 Absatz 1 BGB. Hier liegt ein solcher vor, weil die K. das Pferd, also eine bewegliche Sache, für private Zwecke und damit als Verbraucherin von dem Unternehmer B außerhalb einer öffentlichen Versteigerung gekauft hat. Nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH wird bei einem Verbrauchsgüterkauf gemäß § 477 BGB vermutet, dass entweder derjenige Mangel, der sich innerhalb der 6-Monatsfrist zeigt, selbst schon bei Gefahrübergang vorlag oder dass er auf einem anderen, schon bei Gefahrübergang vorliegenden Mangel beruht. Durch diese Auslegung des § 477 BGB reicht dessen Vermutungswirkung also recht weit. Sie bedarf als Grundvoraussetzung aber zwingend einer Mangelerscheinung. Daran fehlt es hier jedoch gerade, da weder die Richtigkeitsprobleme noch der Kissing Spines Befund und auch nicht die Kombination aus beidem einen Sachmangel begründen. Nach alledem liegt also kein Sachmangel gemäß § 434 Absatz 1 Satz 2 BGB vor. Es fehlt damit dann auch an einem Rücktrittsgrund. K hat gegen B keinen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises in Höhe von 31.700 Euro. Ja, ein schöner und wirklich sehr prüfungsrelevanter Fall. Man könnte ihn wunderbar um das Problem bereichern, dass das Pferd auf einer öffentlichen Versteigerung erworben wurde. Dann wird nämlich die Frage virulent, inwiefern ein Pferd eine gebrauchte Sache sein kann. Ist das der Fall, so greift die Ausnahmen gemäß § 474 Absatz 2 Satz 2 BGB ein. Und § 477 BGB ist deshalb gar nicht anwendbar. Zu diesem Thema gab es in den letzten Jahren auch zwei Beiträge in unserer RÜ. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2021